Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wir stellen es uns als eine Befreiung vor Pflegen Sie Kontakt mit Ihrer Familie Ist das Ihr erstes Mal? Das erste Speed-Dating der Geschichte fand 1998 in Pete's Café in Beverly Hills statt Man hat dann herausgefunden, dass Menschen nur drei Sekunden benötigen um zu wissen, ob Sie eine Person noch einmal sehen möchten oder lieber nicht Trotzdem oder gerade deswegen glauben immer noch unzählige Menschen an die Liebe auf den ersten Blick Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Wenn Sie unter allen Instrumenten, die Sie am heutigen Abend hier in so angenehmer und intimer Atmosphäre ganz persönlich kennengelernt haben wählen können Wen würden Sie gerne mal ein bisschen bespielen? Vielleicht Das Cello Das Cello Das Cello ist ein schwermütiger Sünder Ja, aber es unterscheidet sich von der Geige durch eine größere Menschlichkeit und eine ausgeprägtere Sündigkeit Wäre das kein Grund unseren Cellisten mal privat kennenzulernen? Vielleicht nach der Vorstellung an der Bahn bei einem Betrag Oder vielleicht würden Sie lieber unsere Pianistin kennenlernen? Ich halte es ja auch so Ich meine nur auf dem eigenen Klavier zu spielen das wäre für mich eine Einschränkung Ich möchte auf allen Klavieren der Welt spielen Sie nicht? Sie sind nicht vorbestraft, oder? Beten Sie manchmal? Fühlen Sie sich ab und zu einsam? Weinen Sie? Ich schon Legen Sie sich manchmal die Worte zurecht? Bevor Sie jemanden anrufen? Wenn Sie unter allen Menschen dieser Erde wählen könnten wen würden Sie gerne mal zum Essen einladen? Glauben Sie, dass die Liebe mit der Zeit noch wachsen kann? Herr Müllkönnen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020